Das ist mal wieder ein Movie von uns. Und zwar kommt das morgen raus, und zwar hier ist die Oma, so alles wieder schön, einige Probleme sind zwar, die bleiben zwar so wie es ist, aber jetzt nicht weiter schlimm. Wir werden heute in die Sauna gehen, mal sehen ob wir dann ein paar Videoaufnahmen machen. Ansonsten ist alles schick, alles schön. Im Nachtrag kommt ja noch nachher, wie wir ein Paket kriegen von Otto seiner Schwester. Ansonsten ist es so, kurz noch mal zur Erklärung für einige Leute. Beleidigungen möchte ich gar nicht haben auf diesem Kanal. Ansonsten ist es meine Sache, was ich hier mache, was ich tue. Und ihr könnt zwar eure Meinung haben, aber ich würde euch bitten, eure Meinung einfach für euch zu behalten. Jeder bestreitet sein Leben so, wie er es für richtig hält. Und ich mache das auch so. Ich habe das schon immer so gemacht. Noch mal ein Vorwort dazu. Ich kann für meine Situation nichts. Corona hat mich hier überrascht. Und es ist eben jetzt so, wie es ist und wir müssen das Beste draus machen. Nach Deutschland werden wir nicht zurückgehen. Ganz einfach, Punkt, alles vorbei. Ihr braucht mir das auch nicht immer vorschlagen, weil es ist für Otto einfach besser, wenn wir hier wohnen. Und so, wie ich mein Leben bestreite, das ist meine Sache. Und wenn ich damit zurechtkomme und damit meine Frau, die Schwiegermutter und ich und Otto glücklich sind, so lange werden wir das beibehalten. Punkt, aus, vorbei. Also jetzt haben wir noch einen kurzen Werbeblock rein und dann sehen wir, wie wir ein Paket auspacken. Ich werde noch alle Leute grüßen, die mich unterstützen. Ansonsten läuft der Kanal jetzt weiter. Ich sehe, es wird wieder zahlreich geguckt und da macht es natürlich Spaß. Alle anderen, die mir nicht gefallen oder was mir nicht passt, was mir gegen den Strich läuft, werde ich einfach rausschmeißen. Es ist einfach so, dass ich mir keine Gedanken über andere Leute mache und das würde ich mir von anderen Leuten auch wünschen. Also ich hoffe, ihr habt noch viel Spaß mit dem Ubi. Guckt zahlreich. Und tja, ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Ich hoffe, ihr bleibt mir alle treu und ihr werdet alle glücklich. Jetzt Paket auspacken. Ist ein riesen Gauti mit Otto. Also bis die Tage. Danke. Also hier sind wir wieder und zwar haben wir gerade Paket gekriegt von meiner Tochter. und das werden wir jetzt mal öffnen. So, stellen wir hierher. So. 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 Wollen wir es aufmachen? Ja. Na los, geh weg. So. 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 Warte, warte. So. 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 ruhig aus. Das ist deine Kindertasse. Die kann runterfallen, die geht nicht kaputt. Kugelschreiber für Papa. Zeig. Buchstappensuppe. Noch eine Tasche für Odi. Das ist für Fatih. Haferflocken. So. Alle für uns beide. Schipsel. Superman. Superman. Ein T-Shirt. So anziehen. Für Papa. Das ist für Atto. Das ist für Papa. Das ist aber viel zu groß. Das ist für Atto. Was haben wir hier? Ja. Aber Papa. Ja, warte. So. Aufmachen. Ja. Weil ich die Atto hin. Zum Spielen. Playmobil. Hallowein. Hallowein. Guck mal hier. Hast du doch vorhin geguckt bei YouTube? Ja. Pass auf. Das tu mal weg. Und dann guck mal nachher. Das spielen wir nachher. Ne? Ja. So. Yay. Buchstappensuppe. Raffaedo. Überraschungseier. Ja. Wow. Das ist für Atto. Das ist für Atto. Ich gebe mal mein Puppernickel. Das ist Brot zum Essen. So. Was wollen wir noch gucken? Und noch eine Tasche für Otto. Ja. Yeah. Ketchup. Ja. Haben wir gestern gesucht. Und was haben wir hier? Ja. Den müssen wir für den Papa weg tun. Bonnen Senf. Ich hier. Kakao. 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 Lecker Kakao. Ich hier. brauche ich. Ja. Eine Sparpüchse für dich. Oder? Ja. Papa. Ich hier. Oh. Das ist ja. Ja. Warte. Warte. Er geht doch nicht so schnell. Weiß nicht. Also weiße ich. Die Spapel ist für Rotor. Ja, Rotor. Yeah! Ja, ja, ja. So. Ui. Für Vati. Prima. Wow. Pudding. Ach, haben wir, liebe Kinder. Russisch Brot. Warte, warte, warte. Ja, warte doch. Wow. Wow. Das ist für Otto. Wow. Wow. Nudella. Für Otti. Cappuccino. Ah, da freue ich mich ja riesig. Die Zahnbürste für Papa. So, warte. Malzstifte. Für Otto. Bonbons für Otto. Das ist ein Stickerheft. Ja. Kalender. Nochmal Brot. Nochmal Brot. Jawoll. Das ist ja riesig. Das ist frühes Müsli. Das können wir früh essen. Schoko und Kekse. Ja. Nur noch eins. Für Otto. Yeah. Ein schönes T-Shirt. Vom Igel. Wow. Für Otto. Und hier ein Puzzle. Heimel. 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 Biofrüchte. Werden wir mal gucken nachher. Heimel. Heimel. Und ein Playmobil. Heimel. Heimel. Müsli. Yeah. Heimel. 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 Warte. Schöne Pfeffersauce. Warte. Warte. Das ist bestimmt. Heimel. Apfel. Apfelmus. Der hast du das letzte Mal ganz lecker geschmeckt. Hier noch einen. Marmelade. Haben wir morgen was zum Frühstück. Yeah. Zeig dir mal was du hier hast. Ein Dach. Ein Zombie. Ja warte. Wo haben wir das Messer? Ich komme. Hehehe. 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 So. Ein Zombie. Hehehe. Hier. Das ist da hier eine Kanone zum Schießen. Guck mal. Hehehe. Hehehe. Da gehört doch mal was dazu. Wie. Die. 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 Oh, da muss Papa noch mal genau gucken hier. Da müssen wir genau gucken, was das ist. So, warte. Hier ist noch was drin. Hier war doch ein kleines Fahrzeug mit dabei. Wo ist denn das hin? Ich hab doch hier ein kleines Auto. Zeig mal. Na klar, da liegt's doch. Gib mal her. So. Ja, müssen wir mal genau gucken, wie das geht. Warte, müssen wir mal hier genau gucken. Warte, warte. Achso. Ich hab da eben das Auto hier. Das ist nicht bei mir. Ja, muss man gucken, warte. Warte, warte, warte. Ah. So hier. Und so hier. Irgendwie. Ach, hier sind ja noch Räder dabei. Für die Beine. So, man, ich hab doch eben, die Räder waren doch eben noch dran. Hat sie die schon abgemacht? Ja. So, sind die Räder wieder dran? Noch ein. So. Yay. Ja, das ist schon festbinden. So, das zeige ich dir, der Playmobil. Sag, guck mal. Warte, ich geh auch so. Ja, du kannst hier, äh. Das machen wir mal her. Spider-Man, 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 aber Puzzle. Ja, auch mal. Ja, das sind ganz viele Einzelteile. Das machen wir nachher auf. Okay? Also. Wir auch mal. Wir sagen danke, danke, danke. Es gibt zu deiner Schwester einen Kuss hier. Und Kaya. Wir freuen uns. Ich hoffe, euch gefallen unsere Movies. Und ihr guckt völlig freust weiter. Ansonsten gehen heute Grüße raus an meine ganz liebe Familie in Deutschland. Julia und Nina. Nebst Angehörige natürlich. Ansonsten würde ich sagen, bleibt ja gesund. Bleibt mir treu und werdet alle glücklich. Bis die Tage. Bye, bye. Tschüss. mightnete. Untertitelung des ZDF, 2020